So, ab hier habe ich dir jetzt die Aufnahme-Werke gestartet. Und noch ein, ich bin runtergefallen. Ja, theoretisch kann man noch hier rüber. In dieses Munitionsdepot. Ach, verflucht. Da muss man reinspringen, glaube ich. Ja, mit dem anderen Auto. Ja. Ich komme nicht mehr weiter. Ja, richtig so. Oben geht's gar nicht, war ich da? Oh, Leute. Ah, geht doch. Was, doch hier oben ist es weiter. Natürlich geht's da weiter. Ab ins Fenster. Ja, da war ich schon drin. Da ist aber nix. Ah! Wie, da ist nix. Wir gehen da nochmal hoch. Takt-Jummel. Und hier durch die Tür gehen. Natürlich geht's hier weiter. Ah! Auch gut. Nice! Haben wir die Munition denn eingesammelt jetzt? Munition? Was ist das? Ich hab'n Brecher, heißen das falsch. Das, womit man seine Waffe nachlädt. Oh! Mal gucken, ob der Server weiterlebt. Bei mir ist kein Strich. Ne, bei mir auch nicht. Sieht schlecht aus. Na, ich hab das Gefühl, er ist abgestört. Ja, ich denk' auch. Dem fließe ich mich an. Die Schule voll. Ja, 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 ja. Ich spam' nicht in der Konsole. Ich mach's über Favoriten. Aber ingame. Ich hab bloß die Fässer kaputt liefen. Ja, sehr schön. Boah, lag. Guck mal, das ist jetzt sogar eine Fast-Crap gewesen. Also von der Lache seid ihr euch ja schon relativ sympathisch, oder? Wie bitte? Von der Lache seid ihr euch ja schon sympathisch, du und der Typ, der hier rumläuft. Hey! Das ist mein Bruder. Ich schmeiß die Minipacks mal mit raus, für später. Äh, haben wir irgendwas verpasst hier? Könnt ihr da noch durchgucken, oder warum hiked ihr da vorm Fenster? Weil da noch Monster sind. Oh ja, ein Paar. Bei mir sehe ich nur... Ich hab die Minipacks runtergeschmissen. Die runtergefallen. Noch laden. Oh. Oh, 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 verflucht. Was? Was? Na, was denn? Kommt, put 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 put. Das ist auch drin. Da brannte eine Tonne. Als ich um die Ecke kam Die alle brennen Ja, ich mal Ja, mit Singleplayer musst du da auch wirklich mit diesem Brennen arbeiten, weil sonst reicht die Munition in die Spätestenze Ja Ja Ach, da drüben geht's weiter Habt ihr die Zombies alle tot? Glaube ja Okay Da sind ja immer noch welche Na, die Leiter ist doch verdächtig Ja, da müsst ihr auch lang Ja 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 Ich bin froh, dass ich hier nicht in die Luft sprengen kann Hör ich das sofort tun Daran hab ich... Hey Was war das? Wer ballert denn hier? Hehehe 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 Der lebt aber schon noch Müsst ja anders machen Ohohoho Ohohoho Oh Gott Ohohohoh Wo der hell? Das war doch kurz Ja Wir haben einfach... wir waren zielstrebig Wir haben... wir haben das Spiel schon leicht durch nicht Ich hab keinen Balken. Nee, ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Joich! Doch denn da! Ist denn heute schon Weihnachten? Ist denn heute schon Weihnachten? Braav! Wein! Oh! Kommen die hierher oder springen die dann rum? Oh! Da oben? Die Frage hat sich damit beantwortet. Na? Oh, da war doch noch. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Jammer nicht über deine Arme, du hast einen zweiten. Mach mal Platz da! Da gibt's das denn? Geht nur die mittlere raus oder was? Kann ja nicht sein. Was hat uns das jetzt gebracht? Irgendwie nix roll. Wir wollten's bei euch einfacher machen. Ah? Hm. Komisch. Ah, nur bis wir ein paar Medi weglaufen. Geht nach Hause, oder? Nein, ist nur auf dem Dach. Wir müssen dann nachher irgendwie runter springen. Ui, cool, neu. Ja, Bruder! Ja! Wo ist denn die? Gib mir Shotgun! Gib mir Shotgun! Hä, wo ist denn die jetzt? Auf welcher Zoll? Ich hab keinen. Kann sie nicht aufnehmen. Ich auch nicht. Ich dachte, er wird die rüber. Ja, er schmeißt die rüber. Ah. Perfekt. Achja? Ja, jetzt hast du's auf der 4. Wo ist sie denn? Auf der 4? Ich hab die nicht. Ich hab sie auch nicht. Ich hab sie auch nicht. Haha, ich hab sie. Boah, hast du's gut? Scheißspiel. Haha. Ja, dann schieß den mal ab hier. Ja, ehrlich mal. Au. Da ist er. Oh, nee. Ihr müsstet die eigentlich auch hochschauen. Ach cool, der hat sogar zwei Läufe. Ich kann gleich nicht mehr nachladen. Ich hab auch keine Muni mehr. Ich hab auch keine Muni mehr. Wo ist der Mur eigentlich hier geblieben? Der schaut sich schon verpisst hier, hm? Ha, ich bin runtergefallen, weil der so runter... Ach so, da muss man ja reinspringen, ne? Wo muss man reinspringen? In die Tonne da. Ach da. Wo kommt der denn her? Oh. Muss der Profispringer zuerst. Oh, oh. Ich geh da schon mal da rein. Hier war was, ich hab was gesehen. Egal. Da kam ganz viele hochgeklärt da. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wo ist der meine? Oh, ich muss nachladen. Flambierte! Und das wird doof. Oooooohhhh Hahaha Wie kommen wir denn da jetzt hin? Das ist wie heil. Ja alles wieder hochlaufen Oberste Etage war das Wo kommt die denn her? Wie jetzt hab ich die Shotgun nicht mehr? Hahaha Das gibt's da gerade. Das ist jetzt wo. Habt ihr was bei mir? Das gibt's da gerade. Das ist jetzt wo. Habt ihr was bei mir? Ja bitte schön Kommt da jetzt was oder nicht? Will die Shotgun wieder haben Wo musst du denn jetzt hin? Das kommt halt weil du uns keine mit abgegeben hast weißt du? Genau Kann das sein dass wir da runter müssen? Trau mich nicht Ne wir müssen hier irgendwas Auslösen hier Kommt schon wieder einer Ohhhhh Was war das denn jetzt? Ja er wird mit reingezogen Ach jetzt haben wir die Shotgun aber Wie gerne würde ich jetzt ne Handgranate werfen Habt ihr jetzt auch die Shotgun? Jo Jo Ja Ja Liebe Shotgun Was ist das denn für ein Vieh? Hatten wir schon mal in einem Raum Hatten wir schon mal in einem Raum Hatten wir schon mal in einem Raum Ja Ohhhhh Ohhhhh Wir verdammten Ah jetzt hab ich meine Rakete verloren Verdammt Echt Oh ne Ah da kannst du bestimmt die Kisten stapeln Und dann kannst du da oben rein Ach du Scheiße Ich helf mal mit So Tolle Hilfe hier Mach das ordentlich Ja stapelst du auch oder was machst du da? Mach das ordentlich jetzt Das sieht doch wunderschön aus Dann komm ich nicht da hoch War ich das? Ne Ne Wir stellen uns glaub ich ziemlich blöd an oder? Kann das sein? Ja wir müssen drei Stufen machen theoretisch Müsste auch n mög Ne Es reicht mir langsam ja Es reicht mir langsam ja So Oh Wir müssen hier gar nicht lang Ne 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 das war einfach nur Secret Das war was für blöde Hehehehe Wahrscheinlich um wieder zurück zu kommen Waiting for team Was geht denn? Das ging aber jetzt schnell Das ging aber jetzt schnell Also klar Es geht wieder los Wird du abstürzen? Naja vorhin war es ja auch so und dann kam noch die hohe Welle Wir werden es sehen meine Freunde Wir werden es sehen Stützt der Server ab oder nicht? Ah Bisschen das spannendste an der ganzen Geschichte Genau Das warten auf den Balken Ja aber die Maps im Moment die gefallen mir nicht so Aber gut Zu kurz Ja Jo ich glaub ich stoppe mal die Aufnahme